Aber sowieso nur Monster und komische Wrecksflüge sind die einen was ist das denn was bist Alter was ich hab kein Leben Junge verpiss dich doch Ja meine lieben Freunde herzlich willkommen hier zu diesem Video auf meinem Kanal Ich bin der Pfarrer ich habe weiterhin gesehen dass 60% meiner Zuschauer keine Abonnenten sind Der Bastard Hoffentlich geht euch Shampoo beim Duschen ins Auge Und ich hoffe dass euer Zahnpasta beim Zähneputzen ins Waschbecken fällt Gut es geht weiter mit einer weiteren Runde Grau Let's go Guten Tag meine lieben Freunde herzlich willkommen zurück hier im Sumpfloch Und in dem Keller des Grauens Ja in der letzten Folge wurden wir hart penetriert Von irgendwelchen komischen Komischen Wotter Es geht schon wieder mal gut los hier fliegen um welche Messer und Gabeln und irgendwas durch die Luft Messer Gabeln Schere Licht Ist für kleine Kinder nicht Komm runter Junge Komm runter Gut gut Oh pfff Fuck you spiel Nimm mal liebe unsere Waffe raus Ich hab hier wieder so ein ganz ganz böses Gefühl dabei Boah Boah Okay Great Sicher sicher Gut Was 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 kann grafik bounces Hubbringe oder warum Hat es da Oh mein gott es ist einfach nicht man shot gun es ist einfach redeem es ist einfach nur es ist einfach ein und mal schauen, ob da irgendwas ist. Home. Woah. Äh. Für wen? Wie meinst du das? Meinst du Joachim oder wen? Äh. Was? Äh. Guten Abend. Und wer bist du? Der Raum hier, der gefällt mir nicht. What the fuck? Sind wir jetzt in Outlast, oder? Sind wir jetzt in der Schule? Entschuldigung. Äh. What? Ah. It was not an accident. What the fuck? Hä? Hä? You. Was ist das? Was seid ihr denn, Alter? Äh. Oh. Mein Gott. Achso. Äh. Blö. Ähm. Wua. Ah. Ah. Okay. Scheint so, als ob wir hier das... ...teile an den Körper tun müssen. Weiß nicht, ob ich darauf Bock hab. Denke nicht, dass ich darauf Bock hab. Und ich hab kaum mehr Leben. Und der Lüftungsschacht ist verdammt laut. Oh. Was? Oh nein. So. Und jetzt... Wo müssen wir drauf? Eins. Äh. Gut. Äh. Auf ein neues. So. Okay. Gut. Okay, wir machen das einfach so. Oh. Ha. 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 He. 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 I. 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 Leck mich am Sack, Junge. Jawohl. Und... Ja. Dankeschön. Also, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt vor den Gegner kommen, ne? Bitte sag mir nicht, dass jetzt ein Gegner kommt. Bitte. Sag mir nicht. Dass jetzt ein Gegner kommt. Ich bin so gefickt, Sonsch, Alter. Ich hab keine Munition mehr in beiden Waffen nicht mehr. Wir haben... Nichts mehr. Kein Leben mehr. Äh. Oh. Yeah. Irgendwann... Rascht ich hier komplett aus. Spiel mir eine Runde Baseball, Alter. Overhead. Overhead. Hot. Hot. Home One, Junge. Huh. Nein. Ich hab kein Leben. 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 Ja. Verreckt, Junge. Du dummes Stück. Scheiße, Alter. Oh. Wer bist du denn, Alter? Alles. Äh. Oh. Okay, jetzt komm ran, Alter. Oh, das sind sehr... Oh, doppelter, doppelter Home One. Ja, Junge, Alter. So macht man das. gott sei dank bitte was seid ihr ja da habe ich mich gerade schon gefreut dass er ein wenig zivilisation dieses spiel vorhanden ist aber nein natürlich nicht was hat man auch erwartet für dieses spiel hier wo sowieso nur monstern komische drecksflieger sind die ein was ist das denn was bis ich habe kein leben junge verpiss dich doch oh mein gott habe ich gespeichert bitte sagt mir nicht dass ich bitte nein wir sehen uns gleich wieder leute okay da sind wir wieder so endlich wieder jetzt verarbeiten wir den da hinten zu hotdog ja da bin ich einfach nur zu scheiße für dieses game oder was ist da eigentlich los also ich check einfach gerade gar nichts mehr das kann man nicht sehr gut wir haben einfach null gesundheit das wirklich null gesundheit wo ich sehe was bringt die taschen aber das sieht man sowieso nichts alter so da hinten ist einer sind zwei ja 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 nein du dumme stück scheiße junge also leute ohne scheiß nach diesem game alter feier erst meine fette fette party ach nee stimmt es ist ja corona ich habe hunger auf aber nicht auf zwei hotdogs in zwei hotdogs mag ich nicht nein wieso ist der zweite immer schneller wie der erste junge ist okay leute das hier ist die rage folge eindeutig die drei fragezeichen sind auf jeden fall brutal drauf justus und peter haben wir schon gekillt der dicke kommt noch da ist die drei fragezeichen hier ist hier ist peter ich mein baub ist tot die drei fragezeichen gibt es nicht mehr die drei frage okay was jetzt also erst mal speichern das war es gerade natürlich auch wieder first try haha nein ich geh zuerst mal wo es hell ist ich brauche muni was ist das hier eine nagelkeule der ist ja komplett übel alter voll geil das gefällt mir und mal kann ich das hier ne kann ich nicht okay wunderschöne waffe auf jeden fall ist blocking the door from the other side ja wahrscheinlich steht da ja so dass sie wegschlagen wenn ich hier hochschauen ne ach so ne warte mal hä wo jetzt dann geht es ja doch eigentlich hier lang oder nicht da waren wir gerade da geht es ja nicht lang okay dann gehen wir mal den anderen wegen mal schauen was da so treibt und jetzt bin ich bereit mehr oder weniger was ist hier nichts was ist jetzt hier eigentlich slender die eight pages oder was was ist hier ein wohnzimmer ich nehme ernst was was müssen wir jetzt hier machen was wird was ist unser bordes ass plan shit okay also hier ist nochmal eine tür wir vielleicht rein können nein können wir nicht und junge du sollst die türen nicht streicheln digger du sollst die einfach nur öffnen alter habe ich vielleicht irgendwas übersehen ja den dick an der wand habe ich übersehen das kann doch nicht sein kann ich das aufschlagen kann ich das auch nicht medizin die medizin und gibt mir die fucking medizin das braucht jetzt schön ah ja hier ist ein bein na bist du jetzt äh was ähm ähm oh mein gott was was geht jetzt ab äh 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 na sonst so wie geht's euch sehr interessanter bossfight nicht wahr sehr interessant hopp scheiße mich etwas getroffen äh 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 munition munition äh 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 später der wäde ein bis 1 die das tot nein das gibt es doch nicht alle was für ein kack spiel wie hat er uns jetzt noch bekommen wir haben es geschafft ok meine liebe freunde es war ein sehr langer weg ich bin eine halbe stunde dran gehockt an diesen fickten kackfeil ich denke jetzt haben wir es geschafft ok mal schauen wie es weiter geht ähm what the fuck what the fuck digga was great hör auf die türen zu streicheln die schnauze bitte was 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 ah ja mhm ah also ich stelle mich mal schon mal hier ins ex was ja ja ah ja man kennst du bist genau was ich rede hier gerade in der toilette ne was was but why was ähm hier ist eine 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 messer boah haben wir jetzt oh mein gott ist das cool zack junge ja jetzt jetzt kommt ran alter jetzt drehen wir den spießmal um jetzt fliege ich auf euch mit einem messer zu alter und doch 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 das war gerade best eingefügte stelle loading screen ever was was ist denn da hinten what is this place oh mein what the fuck da hinten ist ein Dönerspieß okay wie es hier weiter geht meine Freunde sehen wir in der nächsten Folge passt auf euch auf bleibt gesund bis zum nächsten mal tschau